Man nennt das Hektik. Oh, ich hab meine Hose noch offen. Wer ist zu spät? Wer ist zu spät? Ich hab noch eine Minute. Nein. Eine Minute hab ich noch. Doch. Sie denkt, sie hat eine Minute. Wir sollten um 16 Uhr unten sein und es ist... Ich hab geschrieben, ich hab geschrieben 5 Minuten später. Ja. Wo sind wir überhaupt? Ich hab nicht im Bad. Im Hau in Berlin. Warum? Weil wir jetzt gleich auf jeden Fall sind. Warum? Oh, da bin ich im Spiegel. Warte, weil ich muss wieder ranzoomen und weg. So, jetzt. Wir müssen. Ja. Deine Hose. Eine Spur. Wir sind im Poplift. Draußen. Und da gibt's ein Rocklift, ein Poplift, ein... Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Du musst doch drücken. Ich dachte, du hättest getrückt. Nein. Und du bist da reingekommen. Hast du die Hotelkarte? Ja. Du hast einen Hammer aus. Ja. Oh ja, weißt du. Boa Leute. NeShow. I-Neh. Apple? 可愛. Valeu. alling. Los geht aus. Unablauf. Was ist das? Ich konnte nicht. Ich sehe dich, Anna. Ja, ich bin vergessen. Äh, ja. Verdammt. Was ist das? Ich sehe dich, Anna. Verdammt. Was ist das? Wer? Hi ihr Lieben. Also wir sind jetzt gerade, ähm, auf der IFA ange... Zusammen? In der IFA? Auf der IFA. Auf der IFA. Auf der IFA. Angekommen. Ähm, ja. Wir schauen uns jetzt ein bisschen um. Hinter mir ist sicher auch schon ein Nespresso-Stand. Und, äh, wenn wir uns ein bisschen umgeschaut haben, gehen müssen wir gleich... Sieht man jetzt nicht da hinten. Ähm, zum Delonghi-Stand. ... 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 Hm, nein. Nein, ich möchte keinen Kescher ab. Ich würd mir die Haare sein. Ganz viele Chili. Ich möchte das haben. Ich möchte das haben. Aber ich hab's ja bis jetzt noch nicht von dir bekommen. Waaah, Kaffee. Kaffee hier, hier. Oh ja, Schokolade. Was? Ich möchte auch Schokolade haben. Das war ein Scherz. Ich habe keine Kekse. Ich hab schon keine Schokolade gesehen. Ich möchte einen Kekse und Schokolade. Sweet. Einen leckeren Teller. Einen lecker? Ja. Einen Teller mit leckeren Sachen. Und ich kann's kaum erwarten. Huh.. Ich habe keine Dome aus dem·lischen Moyen. Ja. 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 Ja, ja. 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 50 Grad oder 60 Grad und dann schmilzt die Butter ganz langsam oder Schokolade und so. Einfach nur reinwerfen und ich denke, du hast schon eine schmilzt die Schokolade. Dann kann auch nie Wasser dazukommen oder sonstiges. Es ist immer gefährlich, die Schokolade auflöst im Wasserbaden, weil es nur vom Tropfen dazu kommt, dann gerinnen geht. Und das ist überhaupt kein Problem jetzt. Plötzlich wird dich irgendwie dunkel oder verbrannt oder so oder auch nichts. Ich mache ein Bild und Dami macht für andere Leute ein Bild. Ja! Super! Bis zum nächsten Mal. Ja! 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 Einmal zu machen. Also mit Ananas, Felssalat und Apfel. Also unser Smoothie ist fertig und schmeckt mega lecker, dafür das Felssalat drin ist. Ich hätte nie gedacht, dass ein Smoothie mit Felssalat so gut schmecken kann, aber probiert es mir den mal aus. Also nochmal genau was drin ist. Felssalat, Ananas, Maracujasaft. Was macht denn Minze? Die Metz sagt, Apfel. Apfel Weihnachtstag. Verdammt, Prost! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.